Ein lauter Knall und dann ging wieder alles ganz schnell hier in Erlensee im Stadtteil Rücking. Unbekannte haben erneut einen Geldautomaten gesprengt. Man sieht es hier hinter mir, das ist so ein freistehender Automat hier direkt an der Straße. Und das muss ja gegen zwei Uhr in der Nacht gewesen sein. Es hat einen ziemlich heftigen Schlag getan, wie mir Anwohner eben erzählt haben. Ja, und das sieht man auch, es ist ein richtiges Trümmerfeld entstanden. Überall liegen Scherben rum, überall Trümmerteile. Ein Trümmerteil hat es sogar über die Straße hinweg bis ins benachbarte Seniorenzentrum, Seniorenwohnheim geschafft. Da ist also eine Scheibe eingeschlagen von einem Trümmerteil. Das zeigt, wie heftig der Knall gewesen sein muss. Die Polizei fahndet jetzt nach einem dunklen Fahrzeug. Viel mehr Hinweise gibt es leider bisher aber noch nicht.